Das Tal ist relativ breit und trotzdem voll die geilen, also richtige Berge, also schon mehr. Wenn der Triklaff war auch nicht weit weg, wenn du um die Triklaff genommen hast du schon noch, wenn du jetzt klettern wolltest, du könntest schon noch alpin, vierter Grad oder noch krasser Klettern, wie ich in Nordwende. Also es gäbe schon noch alpin was zu erleben.